Was darf es sein? Ein Bad Bull, ein McLaren oder ein Rennender Punkt? Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freund des gepflegten Klemmersteinbaus. Ihr seht schon, es ist keine Originalverpackung dabei, es wird also wieder chinesisch und genauso ist es, wir haben hier einen China Eigenimport. Und ich habe euch von MG oder eben MJ, je nachdem wie man das aussprechen möchte, aus der Technology Reihe einen Formel 1 Renner mitgebracht. Es soll natürlich einen Ferrari darstellen, die Saison ist immer ganz schwer einzuordnen. Von dem ersten Eindruck hätte ich echt gedacht, es sind relativ aktuelle Fahrzeuge nach der Regeländerung, aber wenn ich dann hinten auf die Anleitung schaue, was es noch für Fahrzeuge gibt aus dieser Reihe, die auch sehr baugleich sind, dann scheint es eher vor der Regeländerung gewesen zu sein, sonst würde ja hier kein pinker Racing Point mehr mitfahren. Es ist aber auch egal, denn in diesem Maßstab so etwas festzustellen, ist ganz schwierig. Was ich aber sehr cool finde und was auch die Fahrzeit, aus dem dieses Fahrzeug stammen kann, ein wenig eingrenzt, ist, dass wir diesen weißen Helm mit der Deutschlandflagge haben. Liebevoll den Vettelhelm und das finde ich natürlich aus deutscher Formel 1 Fansicht richtig richtig cool und schränkt natürlich das angedeutete Baujahr dieses Fahrzeugs noch einmal etwas ein. 238 Teile haben wir in diesem Set und es ist die Set Nummer 13014. Am besten bekommt man auch dieses Set wirklich aus China als Eigenimport, zum Beispiel auf AliExpress für um die 12 bis 13 Euro. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass der Hersteller hier mit Premiere auf dem Kanal feiern kann. Die Anleitung ist klammergebunden, die Papierqualität ist wirklich gut. In der Anleitung finden wir dann den Stickerbogen. Wir haben ja jetzt schon öfters drüber geredet, bei Rennwagen finde ich das okay. Trotzdem würden mir Drucke besser gefallen und ich finde es ist für ein Fahrzeug mit so vielen Schriftzügen immer noch von den Stickern relativ übersichtlich. Über die Qualität der Sticker reden wir natürlich dann wie immer, wenn es soweit ist. Also wenn sie auch wirklich aufgeklebt wurden. In der Anleitung wird nichts ausgegraut, sondern es wird alles weiterhin in Vollfarbe dargestellt, was schon gebaut wurde und es wird mit grünen Pfeilen und teilweise grünen Umrandungen symbolisiert, was neu gebaut wird. Was mir auch wichtig ist, die Sticker werden während des Baus aufgeklebt und nicht erst ganz am Ende. Und insgesamt haben wir 51 Bauschritte auf 21 Seiten verteilt. Auf der 22. Seite sieht man das Fahrzeug nochmal im Überblick. Ich bin sehr gespannt, wie es sich nach der Anleitung bauen lassen wird. Auf der Rückseite sehen wir dann noch ein paar Detailaufnahmen und eben auch andere Fahrzeuge aus der Reihe, wo natürlich nochmal sehr deutlich wird, dass zum Beispiel der Bad Bull hier nicht lizenziert ist, genauso wie dieser Ferrari. Aber ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden, dass es natürlich ein Ferrari darstellt. Ich habe auch von den alten Lego-Ferrari-Sets einige Sachen da, auch aus dem Thema Formel 1. Würde euch das eigentlich mal interessieren, dass ich sowas auch vorstelle, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Das Set ist nicht in Bauabschnitte unterteilt, das braucht man ja aber auch bei 238 Teilen nicht unbedingt. Ich finde es nur lustig, dass sie dann auf jede Tüte eine 1 gedruckt haben. Die hätte man gerne auch weglassen können, aber es scheint eben das Design dieses Herstellers zu sein, was sie sonst verwenden. Das sind die Tüten, die wir als Ausbeute haben. Und auch über die Steinequalität reden wir natürlich während des Baus. Und dementsprechend fange ich jetzt auch an zu bauen. Ich bin sehr gespannt, was mich hier erwartet. Und wir sehen uns dann gleich nach dem ersten wichtigen Bauschritt wieder. Und wir sehen uns das erste Mal nach dem 24. Bauschritt. Wir sind also kurz vor dem Bergfest. Wir haben bisher den Frontflügel gebaut, haben schon einen Teil vom Monocoque gebaut und eben die Grundstruktur mit den beiden Achsen. Und bisher finde ich, sieht das richtig, richtig gut aus. Also in Speed Champions Größe habe ich bisher noch keinen besser gebauten Frontflügel gesehen. Und auch wenn es sich hier um Sticker handelt, sieht es eben super gut aus. Schade ist nur, dass wir diese Sticker hier über zwei Teile kleben. Das Interessante an der Grundstruktur ist, dass wir hier keine zusammenhängende Plate haben, sondern das Ganze ist mit Pins befestigt und Achsen. Wir haben hier einst zwei Teile, wo man es auseinanderziehen könnte, wenn es nicht nochmal überbaut wäre. Bei diesem Teil hier ist es noch so. Und ich bin wirklich gespannt, ob das noch irgendeinen Nutzen haben wird. Die Steinequalität ist bisher leider sehr schwankend. Vom Baugefühl und der Klemmkraft ist es richtig gut. Vom Aussehen sind mir die Farbabweichungen im Rotton leider etwas zu viel. Und das ist besonders schade, weil die Sticker dieses Mal den Rotton relativ gut treffen. Das ist ja oftmals die Schwachstelle, dass die Sticker einen komplett verschiedenen Farbtonen haben als der Rest des Sets. Die Angusspunkte halten sich in Grenzen zumindest von dem sichtbaren, aber die Entgratung der Angusspunkte könnte an einigen Stellen besser sein. Und es gab leider bisher auch schon einen Fehlguss. Dieser hat sich aber am Ende noch gut verbauen lassen. Ihr seht, dass hier die Hälfte der Negativnoppe fehlt und damit ist hier natürlich sehr wenig Klemmkraft dabei. Am Ende wird es zwar durch die Verbindung gehalten, aber das ist natürlich sehr schade, wenn man solche Fehlgüsse mit dabei hat. Also ich habe von der Teilequalität schon wesentlich schlechteres gebaut, aber auch schon sehr viel besseres. Ich bin mal gespannt, wie es sich jetzt bei den restlichen Teilen noch entwickelt. Und damit wir das zusammen rausfinden, baue ich jetzt natürlich auch weiter und wir sehen uns gleich mit dem fertigen Fahrzeug wieder. Und damit ist der Formel 1 Bolide auch schon fertig. Die Steinequalität hat sich im Wesentlichen nicht verändert. Es war genauso wie im Zwischenbauschritt erklärt, nur dass in diesem Fall hier keine Fehlgüsse mehr vorgekommen sind. Es ist also keine Topqualität. Es ist auch nicht die schlechteste Qualität. Es ist etwas dazwischen und ich würde sagen, den Preis von 13 Euro durchaus noch angemessen. Trotzdem können Sie da natürlich noch ein wenig nachschärfen in der Qualitätskontrolle. Die Anleitung war komplett verständlich. Ich hatte kaum Probleme und wenn ich kaum Probleme sah, meine ich nur, dass man beim Heckflügel doch relativ genau schauen musste, was man dort wo und in welche Richtung bauen soll. Das war in der Anleitung nicht so super schön gezeigt. Sonst war die Anleitung wirklich tiptop und auch bei dem Heck-Spoiler muss man sagen, man muss eben mal ein wenig nachdenken. Und ein bisschen nachdenken beim Klemmbausteine bauen hat, glaube ich, noch niemand geschadet. Das Endergebnis finde ich richtig gelungen. Also das ist wirklich der schönste Formel 1 Rennwagen, den ich bisher aus Klemmbausteinen gebaut habe. Wir haben auch einen Halo mit so einer Softbar gebaut. Dadurch, dass dieses Fahrzeug einen Halo hat, ist natürlich die Zeit, aus der der Bolide hier stammt, auch nochmal sehr viel mehr eingegrenzt worden. Und es gab ja wirklich eine lange Diskussion um diesen Halo, dass er nicht besonders ästhetisch ist. Wer ihn nicht haben möchte, baut ihn eben nicht. Aber ich glaube, spätestens nach dem Unfall von Romain Grachor können wir sagen, er hat das erfüllt, was er erfüllen soll. Er hat Leben gerettet. Also ich finde ihn, wie gesagt, richtig, richtig gut gelungen. Von Funktion haben wir bei dem Boliden hier eigentlich nur eine und die ist, Überraschung, er rollt. Aber er rollt ziemlich gut. Wir haben nur wenig Widerstand, es quietscht nichts, also das macht durchaus Spaß. Also ihr seht schon, dieses Fahrzeug hat mich wirklich überzeugt. Der einzige kleine Kritikpunkt, der aber sehr, sehr schwer wegzubekommen ist, dass wir hier keine Slicks haben. Die Formel 1 fährt nun mal schon seit langer Zeit auf Slicks und diese Profilreifen gefallen mir da nicht so sehr. Es ist ja auch nicht jedes Rennen ein Regenrennen, aber damit könnte man es sich ein wenig zumindest schönreden. Was ich noch ganz lustig fand, wir haben diese Ersatzteile dabei. Einmal eine Hand von der Figur und zwei Einmal Dreierplates und diese Roundplates, die man dann verbauen kann, damit sie sich drehen lassen. Warum ich das lustig finde? Naja, diese Teile hier wurden gar nicht verbaut. Das einzige Ersatzteil, was wirklich auch im Set verwendet wurde, ist diese Hand. Ich habe wirklich dann nochmal extra die gesamte Anleitung durchgeblättert, weil es für mich überhaupt nicht schlüssig war, dass wir zwei Teile-Typen jeweils zweimal drin haben und ich es nirgendwo verbaut habe. Aber es wird auch nirgendwo verbaut. Ich habe es auch in der Anleitung nicht gefunden, aber lieber hat man ein paar Steine zu viel, die man nicht braucht, als Steine, die man braucht eben nicht zu haben. So ist es mir doch durchaus viel lieber. Und dann schauen wir uns auch noch die Figur an. Vorne weg gesagt, ich finde die Figur wirklich spitze. Aber der Import kann schwierig werden, weil sie sehr, sehr nah am Lego-Design-Schutz ist. Ich finde das sehr schade und ich finde so eine Figur auf keinen Fall moralisch verwerflich, aber ihr solltet darüber nachdenken, ob ihr sie vielleicht rausnehmen lasst, obwohl ich das bei diesem Set schon sehr schade finde, damit es nicht irgendwie im Zoll Probleme geben könnte. Die Figur ist auf jeden Fall auf der Brust und auf den Beinen bedruckt. Die Arme sind seitlich bedruckt und natürlich ist auch der Rücken bedruckt. Aber mein persönliches Highlight an der Figur ist eindeutig der Helm. Schaut euch mal an, wie schön dieser Helm bedruckt ist, wie viele Details auf diesem Helm sind und das macht die Figur für mich unglaublich gut. Allein dieser Helm ist so gut einsetzbar für die verschiedensten Rennwagen-Sets. Also diesen Helm liebe ich wirklich. Und wenn wir das hier sehen für 13 Euro und diese Figur dabei mit diesem Helm, dann finde ich es echt schade, wie wenig Mühe sich der Marktführer in letzter Zeit bei seinen Figuren und vor allen Dingen bei diesen Helmen hier gegeben hat. Das habe ich schon öfter gesagt, diese Standardhelme finde ich einfach langweilig und gerade bei Lizenzthemen finde ich es schade, dass dort nicht solche Sachen umgesetzt werden. Mir gefällt das richtig, richtig gut. Auch die Gliedmaßen lassen sich gut bewegen, für meinen Geschmack fast nur ein wenig zu fest, aber ich mag das lieber, als wenn sie zu locker dran sitzen. Ein Wendegesicht haben wir bei der Figur, aber nicht. Und ich glaube, ich muss euch nicht sagen, dass es für mich auf jeden Fall für dieses Set eine Kaufempfehlung gibt. Das Auto überzeugt mich vom Aussehen, auch wenn die Steinequalität etwas besser hätte sein können. Aber dieses Auto wird sowieso bei den meisten im Regal landen und ist wirklich der beste Ferrari, auch wenn überhaupt nicht lizenziert, den ich bisher als Formel 1-Wagen in Speed Champions-Größe bauen durfte. Die Figur ist richtig gut, der Preis ist fair und da stört es mich jetzt auch nicht unbedingt, dass dort Ray BCM oder Snap Dagon oder Casparkly steht. Natürlich wäre es cooler, wenn man dort echte Sponsorennamen hätte und eben auch die echten Logos. Aber da ist es mir dann wichtiger, dass der Bau und das Endresultat vom Aussehen so gut aussieht, als ob dann irgendwelche Sticker die echten Namen haben, zumal man sich diese auch noch selber drucken kann, wenn man das möchte. Von mir gibt es also auf jeden Fall für dieses Set im eigenen Port eine Kaufempfehlung und ich verlinke das Ganze natürlich wieder unten in den Kommentaren. Hinter diesem Link wird auch wieder ein Sternchen sein, was mich noch von dem Set zu einem kurzen anderen Thema abschweifen lässt. Und zwar vielen, vielen Dank, wie gut ihr dieses Talk-Video am Samstag angenommen habt und vielen Dank für die viele positive und konstruktive Resonanz dort in den Kommentaren. Das hat mich wirklich bestärkt, denn ich hatte ein wenig gemischte Gefühle, bevor ich dieses Video hochgeladen habe, wie es ankommen wird und ich freue mich wirklich, dass ihr das so gut angenommen habt und dass ihr mir dort so liebe Kommentare geschrieben habt. Vielen, vielen Dank an alle! Und zu guter Letzt, wenn ihr dieses Set selber besitzt oder ein anderes aus der Reihe, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein, euer Valleybrick.